Jetzt rufe ich den Tagesordnungspunkt 12 auf. Antrag der Fraktion der FDP betreffend Grundsteuerbremse einführen Drucksache 19,3841 Die vereinbarte Redezeit beträgt fünf Minuten. Ich sehe Kollege Hahn schon unterwegs. Herr Kollege Hahn, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Mieter und Eigentümer haben in den vergangenen Jahren enorme Steigerungen bei den Nebenkosten hinnehmen müssen. Wer in den Sonntagsreden immer wieder jeder von uns bezahlbares Wohnen anmahnt, haben die Erlasse des Innenministers und die Anhebung der Nivellierungshebesätze im Kommunalen Finanzausgleich in Hessen eine Erhöhungsspirale der Grundsteuern in Gang gesetzt. Der Landesdurchschnitt der Grundsteuer B hat sich dabei von unter 300 Punkten im Jahr 2012 auf mehr als 400 Punkte im Jahr 2016 erhöht. Allein im Jahr 2015 erhöhten 78 Städte und Gemeinden in unserem schönen Hessenland die Grundsteuer B um mindestens 100 Punkte. Eine Abfrage des Bundes der Steuerzahler hat ergeben, dass in diesem Jahr 58 weitere Städte Erhöhungen der Grundsteuer planen und davon alleine 20 Städte sind, die mit mehr als 20.000 Einwohnern belegt sind. Ich trage Ihnen das vor, um Ihnen deutlich zu machen, es kann nicht richtig sein, dass wir uns bedienen, dass wir die Kommunen auffordern, sich zu bedienen an dem Portemonnaie der Mieterinnen und Mieter und der Eigentümerinnen und Eigentümer von Häusern. Meine sehr verehrten Damen und Herren, da muss es wie überall im Leben auch eine Grenze geben. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Genau diese Grenze mahnen wir an. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sicherlich sind nur wenige von Ihnen in den gesetzlichen Normen so tief drin. Ich darf Ihnen sagen, dass der Bundesgesetzgeber uns eindeutig im § 26 Grundsteuergesetz eine Entscheidungsgrundlage gegeben hat. Wir haben die Ermächtigung, eine solche Bremse als Land Hessen einzuführen. Also möge bitte keiner kommen und sagen, das geht nicht. Ja, es geht. Man muss es nur wollen. Wir Freie Demokraten wollen, dass die Mieterinnen und Mieter und auch die Eigentümer von Grundstücken nicht weiter zusätzlich belastet werden. Deshalb regen wir an, dass eine entsprechende Grundsteuerbremse in Hessen eingeführt wird. Wir freuen uns sehr, dass unsere Initiative nicht nur unterstützt wurde vom Bund der Steuerzahler Hessen. Das war zu erwarten gewesen, weil der Bund der Steuerzahler nicht nur in Hessen, sondern in ganz Deutschland darauf hingewiesen hat, dass es eine entsprechende Grundsteuerbremse geben muss. Wir freuen uns aber auch sehr, dass der neue Hauptgeschäftsführer der VHU, Herr Pollert, in einer sehr ausführlichen Presseerklärung darauf hingewiesen hat, dass es nicht nur um die Frage von Mieterinnen und Mietern geht. Die sind dem Hinschaus ja schon vollkommen egal. Sie interessieren sich ja nicht für die Mieterinnen und Mieter, sondern sie blabbeln jetzt gerade etwas anderes rein. Das ist auch immer mehr eine Belastung für kleine und mittelständische Unternehmen in Hessen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Pollert spricht davon, dass die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes dadurch auf alle Fälle einen Knick bekommen wird. Lange Rede, kurzer Sinn. Wer bezahlbaren Wohnraum haben will, muss auch dafür sorgen, dass er bezahlbar bleibt. Wir reden jetzt nicht über die unmöglichen Auflagen, insbesondere im Zusammenhang mit der Energiepolitik, die beim Bau von entsprechenden neuen Gebäuden entstehen, sondern wir reden von den Gebäuden, die es jetzt schon gibt, wo jetzt auf einmal, um ich habe es vorgetragen, bis zu 200 Punkten mehr Grundsteuer in den Kommunen angefordert wird und damit von den Mieterinnen und Mietern gezahlt werden müssen. Wir möchten im Gegensatz, das ist mein letzter Satz, Frau Präsidentin, im Gegensatz zum Bund der Steuerzahler, aber nicht jetzt schon selbstständig eine entsprechende Grundsteuerbremse festlegen, sondern wir meinen, dass dies in einem kommunikativen Prozess auch mit der kommunalen Familie in Hessen entschieden werden soll. Ich bitte um mieterfreundliche Verhalten von Ihnen und deshalb um Unterstützung unseres Antrags. Vielen herzlichen Dank. Danke, Herr Kollege Hahn. Als nächster Redner spricht nun Kollege Reul von der CDU-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Eine der wichtigsten und schwierigsten Herausforderungen ist zweifelsohne die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte. Dies betrifft alle Ebenen, den Bund, die Länder sowie die Kommunen. Die Wahrheit ist aber leider, dass wir als Gesellschaft in den vergangenen Jahrzehnten im öffentlichen Bereich über unsere Verhältnisse gelebt haben. Wir haben uns in der Vergangenheit mehr geleistet, als wir uns eigentlich hätten leisten können, und dies mit Krediten finanziert, parteiübergreifend und gesellschaftlich so akzeptiert. Dies hat dazu geführt, dass heute die Schuldenlast und der Zinsdienst unseren Handlungsspielraum einschränken und nachfolgende Generationen belastet. Wir alle sollten uns also gemeinsam fragen, wie ernst wir es mit den soliden, nachhaltigen und generationengerechten öffentlichen Haushalten meinen. Wenn kommunale Ausgaben dauerhaft die Einnahmen der Kommunen übersteigen und diese Lücke stets nur über den Weg der Verschuldung geschlossen wird, führt dies zwangsläufig in eine Sackgasse. Denn für die nicht durch aktuelle Einnahmen gedeckten Ausgaben in der Gegenwart müssen die nachfolgenden Generationen in der Zukunft aufkommen. Dies kann kein langfristig tragfähiger und auf die Zukunft ausgerichteter Lösungsansatz sein. Wir wollen eine Zukunft ohne ständig wachsende Schuldenberge, damit auch unsere Kinder und Enkel die Herausforderung ihrer Zeit meistern können. Daher ist es wichtig, die öffentlichen Haushalte auf allen Ebenen, den Bund, den Ländern und den Kommunen, zu konsolidieren sowie nachhaltig und generationengerecht auszugestalten. Dafür setzen wir uns ein. In den Haushaltsgrundsätzen der Hessischen Gemeindeordnung ist geregelt, dass der Haushalt in jedem Haushaltsjahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden soll. Das ist richtig, und das sollte auch unser grundsätzlicher gemeinsamer Anspruch sein. Ist der Haushalt einer Kommune nicht ausgeglichen, sind grundsätzlich die Ausgaben zu senken oder die Einnahmen zu erhöhen, um den Haushaltsausgleich schnellstmöglich erreichen zu können? Hier kann beispielsweise geprüft werden, ob die Aufgabenerledigung effizienter erfolgen kann als das gleiche Ergebnis mit weniger Kosten erbracht werden kann. Dort verweise ich auf den Bereich der interkommunalen Zusammenarbeit, wo einige Möglichkeiten gegeben sind. Ebenso weist auch der Rechnungshof bei seinen Untersuchungen immer wieder darauf hin, welche Möglichkeiten es gibt und welche möglichen Effizienzpotenziale behoben werden können. Sollte die Kommune vor Ort zu dem Ergebnis kommen, dass eine Reduzierung der Ausgaben zum Haushaltsausgleich nicht möglich oder nicht gewünscht ist, kann das Ergebnis natürlich sein, dass die Finanzierungslücke – das müssen wir sagen – an dieser Stelle nicht beliebig durch Verschuldung geschlossen wird. Wir wollen keine weitere Verschuldung, sondern wir wollen ausgeglichene Haushalte, und wir wollen die Konsolidierung der Kommunen. Dafür ist es notwendig, wenn man die Ausgaben nicht begrenzt, dass man auf der Einnahmenseite schaut, was zu tun ist. Um dies ganz klar zu sagen, die Konsolidierung auf der Ausgabenseite sollte aus meiner Sicht immer der Hauptfokus liegen, und die Begrenzung der Ausgaben sollte vorrangig vor weiteren Steuererhöhungen sein. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wer die kommunale Selbstverwaltung ernst nimmt, der sollte die Entscheidung darüber, ob die Priorität auf der Ausgaben- oder Einnahmenseite zur Erreichung des Haushaltsausgleichs gelegt wird, grundsätzlich dies der freien Entscheidung den Kommunen überlassen. Eine Grundsteuerobergrenze legen wir deshalb als einen zu weitreichenden Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung und in die Entscheidungshoheit der Kommunen ab. Die kommunalen Vertreter handeln in der Regel verantwortlich und beschließen nicht leichtfertig Steuererhöhungen, sondern wägen diese unter Abwägung aller Umstände sehr sorgfältig und gründlich ab. Auch die Bürger vor Ort sollen die Möglichkeit haben, sich im Wettbewerb der Kommunen untereinander bewusst für einen hohen Leistungsstandard entscheiden können. Die Folge für den Leistungsstandard kann dann aber auch sein, dass höhere Kosten und dadurch höhere Steuern zu veranschlagen sind. Das Land unterstützt die Landkreise, Städte und Gemeinden auf sehr vielfältige Weise. Lassen Sie mich darauf ganz kurz hinweisen. Unter anderem mit 3 Milliarden € Entschuldungshilfen des Landes im Rahmen des kommunalen Schutzschirms, mit den Investitionshilfen 1 Milliarde € und dem Kommunalen Finanzausgleich, der in diesem Jahr eine Rekordhöhe von 4,6 Milliarden € betragen wird. Zusätzlich unterstützt das Land seine Kommunen auch durch Beratungsleistungen, die bei der Konsolidierung hilfreich sind. Ich weise daraufhin auf die Benchmark-Daten. Das Land ist Partner der Kommunen und nimmt seine Aufgabe wahr und auf die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben zum Haushaltsausgleich zu achten, und beschränkt die Kommunen in ihrer kommunalen Selbstverwaltung nicht unangemessen durch die Festlegung maximal zulässiger Hebesätze bei der Grundsteuer. Herr Kollege, Sie müssen zum Ende kommen. Ich komme gleich zum Ende, dass die Durchschnittshebesätze für die Grundsteuer B in Hessen bei 444 Punkten liegen und deutschlandweit der Durchschnitt bei 455 und in Berlin bei 810 Punkten liegen. Deshalb, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir brauchen keine Grundsteuerbremse. Wir brauchen verantwortliches Arbeiten in den Kommunen. Deshalb lehnen wir diesen Antrag ab. – Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Reul. – Als nächster Redner spricht nun Kollege Kummer von der SPD-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Ruf nach weniger Steuern ist immer schon populär gewesen. Bedenklich ist allerdings, wenn man dabei vergisst, zu erklären, welche kommunalen Leistungen dann künftig nicht mehr erbracht werden können. Insoweit zum Bund der Steuerzahler und zu VHU vom heutigen Tage. VHU sagt nunmehr auch, die Einnahmen für die Gemeinden müssten insgesamt da sein, damit sie auch in Zukunft ihre Investitionen schultern können. Sie verlangen ja nicht weniger Einnahmen für die Gemeinden. Doch nun zu den einzelnen Absätzen des Antrags der FDP. Erstens. Ja an die FDP. Ja, Sie haben recht mit dem ersten Absatz. Die schwarz-grüne Landesregierung hat mit ihrer falschen Finanzausgleichspolitik die teils drastischen Grundsteuererhöhungen auf kommunaler Ebene veranlasst und damit auch zu verantworten. Dies im Zusammenspiel zwischen Finanz- und Innenminister. Der eine stellt zu wenig Geld zur Verfügung. Herr Reul, da nützt es auch gar nichts, wenn man auf 4,6 Milliarden € hinweist und nicht sagt, dass aber auch die Aufgaben und Ausgaben da sind, die finanziert werden müssen. Der eine stellt zu wenig Geld zur Verfügung, und der andere zwingt zu Konsolidierungsschritten, die dann den Kommunen vor Ort keine wahrlassen als die gemeindliche Grundsteuer zu erhöhen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die vielen ehrenamtlichen Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter, die dies letztlich beschließen müssen, tun mir leid. Sie tun dieses Beschließen nämlich unter Zwang nicht, weil es Ihnen Freude macht. Sie müssen dafür vor Ort den Buckel hinhalten. Sie werden teils übelst beschimpft. Ich habe das aus eigener Erfahrung schon gehört. Der Finanzminister kann sich damit brüsten, dass die Kommunen die Schutzschirmziele erreichen würden. Sie tun dies, weil Ihnen der Gewährträger das Land Hessen nicht genügend Mittel zur Verfügung stellt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Folgen, die die FDP daraus zieht, ist falsch. Wir brauchen keine Höchstgrenze bei den Realsteuern, keine Grundsteuerbremse. Was wir brauchen, ist eine auskömmliche Finanzierung unserer Kommunen durch das Land. Lassen Sie es mich einmal so sagen. Die Gemeinden leiden finanziell unter schwerer Bronchitis, und die FDP verbietet Ihnen das Husten. Kolleginnen und Kollegen, so werden die Gemeinden finanziell nicht gesunden. Die Ursache zu bekämpfen, heißt eben nicht, das Husten zu verbieten, sondern die Kommunen finanziell besser auszustatten, so wie dies beispielsweise andere Länder auch tun. Wenn in Hessen die Gemeinden die Grundsteuern erhöhen müssen, dann ist das nichts anderes, lassen Sie es mich so sagen, als ein Hilfeschrei der Gemeinden an das Land. Was sollen sie denn sonst tun, wenn sie gezwungen werden, ihre Haushalte auszugleichen und ihnen gleichzeitig den Mittel fehlen, die Pflichtaufgaben auch in Zukunft erfüllen zu können? Aber an die FDP gibt es noch einen zweiten Grund, der gegen den Antrag spricht. Abs. 4 als Maßstab vorgeschlagen, ein bundesweiter Vergleich. Ich finde, er ist untauglich. Die Aufgabenwahrnehmung der Kommunen ist bundesweit nicht vergleichbar. Der Kommunalisierungsgrad staatlicher Aufgaben ist in Hessen mit am höchsten. Ein bloßer Vergleich der Grundsteuern berücksichtigt diese länderspezifischen Besonderheiten gerade nicht und darf deshalb auch nicht der Maßstab sein. Kolleginnen und Kollegen, es gibt noch einen dritten Grund, der gegen diesen Antrag spricht. Das sind die verfassungsrechtlichen Garantien, insbesondere in der hessischen Verfassung, die insoweit über das Grundgesetz hinausgeht. Es ist Art. 137, Abs. 5, Satz 2. Dort steht, das Land stellt den Gemeinden für ihre öffentliche Tätigkeit in eigener Verantwortung zu verwaltenden Einnahmequellen zur Verfügung. Das ist eben die Grundsteuer. Der FDP-Antrag wäre damit ein schwerwiegender Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung und in die kommunale Selbstverantwortung. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD und bei Abgeordneten der SPD Insoweit, Kollege Hahn, geht die Hessische Verfassung gerade für uns im Landtag über die Bestimmungen eines Bundesgesetzes, nämlich des § 26 des Grundsteuergesetzes, weit hinaus. Außerdem gibt es bereits, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein Korrektiv. Es gibt schon ein Korrektiv. Das sind die Bürgerinnen und Bürger vor Ort. Die Bürgerinnen und Bürger vor Ort, davon bin ich fest überzeugt, sie würden sich ein überzogenes, grundloses Erhöhung der Grundsteuer nicht gefallen lassen, nämlich spätestens bei der nächsten Wahlentscheidung. Die Gemeinden in ihrem Hebesatzrecht zu beschränken, wäre nicht, Herr Hahn, wie die FDP suggeriert, zum Wohle der Menschen. Denn die Grundsteuer vor Ort zahlen die Menschen für ihre Gemeinde, für ihre Gemeinschaft. Sie zahlen sie für die kommunale Infrastruktur vor Ort. Wenn ihnen diese Mittel nicht mehr zur Verfügung stehen würden, dann wäre das letztlich zum Schaden der Menschen vor Ort. Herr Kollege, Sie müssen zum Ende kommen. Eine Beschneidung des Hebesatzrechts, und das, Frau Präsidentin, wäre mein letzter Satz, ist auch nicht gerechtfertigt. Das sagt selbst Dr. Landsberg, der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Er sagt nämlich am 20.09.2016, das Hebesatzrecht der Gemeinden hat zentrale Bedeutung. Aufmerksam. Sie gehen damit verantwortungsvoll, nachvollziehbar und maßvoll um. Wenn ihr dies sagt, ist das selbstredend. Meine Damen und Herren, keine Gemeinde würde auf eine Senkung der Grundsteuer verzichten, wenn sie von der Hessischen Landesregierung finanziell besser ausgestattet werden würde. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Kollege Kummer. – Als nächster Redner spricht nun Kollege von der Fraktion DIE LINKE. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die FDP hat uns mit dem Antrag eine mindestens nachdenkliche Aufgabe vorgelegt und weist auf ein erhebliches Problem hin. Denn tatsächlich haben viele Kommunen in Hessen, die unter dem Druck einer rigorosen Sparpolitik leiden, die allerdings – das muss man Herr Hahn noch einmal sagen – von CDU und FDP in Hessen begonnen wurde, um den Landeshaushalt zu sanieren. In der Tat ist es auch so, dass neben vielen unsozialen Einsparungen, Schließungen von öffentlichen Einrichtungen, der Reduzierung von öffentlichen Leistungen und Gebührenerhöhungen in vielen Kommunen die Grundsteuer erhöht wurde. Auch das reiht sich ein in die kommunalfeindliche Politik, die Schwarz-Grün von Schwarz-Gelb in Hessen übernommen hat. Denn einerseits ist die Grundsteuer eine Abgabe, die alle Menschen trifft. Besonders ungerecht ist sie gegenüber Menschen mit geringem Einkommen, die zur Miete wohnen und womöglich sogar darauf angewiesen sind, auf vergleichsweise großer Fläche zu wohnen, weil sie beispielsweise viele Kinder haben. Gerade diese Menschen trifft die Grundsteuer besonders hart, und jede Erhöhung der Grundsteuer in den Kommunen ist hier eine besonders zusätzliche Belastung für Rentner, Studierende, Familien und abhängig Beschäftigte. Insofern liegt der Gedanke der FDP natürlich nahe, sich hier auch noch als Steuersenkungspartei zu profilieren. Ganz klar, auch wir haben nichts gegen eine Grundsteuer, die den Kommunen zwar noch Einnahmen bringt, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite dafür sorgt, dass zusätzliche soziale Ungerechtigkeiten produziert werden. Aber es wurde bereits darauf hingewiesen, einzugreifen, dass man den Kommunen erst die Zuweisung zusammenstreicht, sie dann noch mit zusätzlichen Aufgaben betraut und am Ende sagt, dass sie die Grundsteuer doch bitte nicht erhöhen dürfen. Das, meine Damen und Herren von der FDP, geht eben auch nicht. Ich finde, der beste Schutz vor exorbitant steigenden Grundsteuern ist die angemessene Ausstattung der Kommunen. Hier müsste die FDP dann auch einmal erklären, ob sie dazu bereit sind, hier mehr Landesmittel im KFA den Kommunen zuzuweisen, etwa damit sie ihre Investitionen endlich angemessen finanzieren können. Denn die Alternative wäre ja, dass die Kommunen die Gewerbesteuer erhöhen. Auch dafür wäre ich im Zweifel zu haben, etwa indem man den Nivellierungshebesatz der Gewerbesteuer im KFA regelmäßig anpasst. Nur gehe ich davon aus, dass die FDP genau das nicht wollte. Denn Ihnen geht es nicht um die soziale Gerechtigkeit, sondern, wie Sie in Ihrem Antrag schreiben, einzig und allein um den Wirtschaftsstandort Hessen. Herr Hahn, ich muss Ihnen sagen, auf den ersten Blick ist Ihre Idee charmant. Allein mir fehlt der Glaube, dass Sie ihn im Interesse der Kommunen und der besonders von der Grundsteuer betroffenen Menschen gemacht haben. Mit diesem Vorschlag wollen Sie nur einen weiteren Angriff auf die Finanzierungsgrundlagen des Gemeinwesens unternehmen. Das lehnen wir ab. Wir wollen ein sozial gerechtes Steuersystem. Dazu gehören sicherlich auch Grundsteuersätze, die niemanden überfordern. Aber alleine sind Sie kein Mittel, das wir unterstützen können. – Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege van Ooyen. – Als nächste Rednerin spricht nun Frau Kollegin Erfurth von der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es ist schon ein bisschen seltsam, wenn die FDP in den Mittelpunkt ihrer Betrachtungen die Mieterinnen und Mieter stellt, um ein bisschen zu überdecken, dass es eigentlich um eine vermögensbezogene Steuer geht, und es geht darum, dass große Grundstücke und große Grundbesitze angemessen besteuert werden. Aber das nur am Rande. Herr Kollege Hahn, dieser von Ihnen immer sogenannte Rosenmontagserlass vom 3. März 2014 war schon mehrfach Thema hier im Plenum und von der FDP. Ich finde, es ist eine Art freidemokratischer Wiedergänger, den Sie hier immer wieder zum Gegenstand der Debatte machen. Auch die Kollegen von der FDP machen das ganz gerne immer wieder. Deshalb sage ich es auch in beide Richtungen. Offenbar haben Sie immer noch nicht wahrgenommen, dass dieser Erlass vom 3. März 2014 sehr viele Sachverhalte regelt, die in der Gemeindehaushaltsverordnung und in der hessischen Gemeindeordnung geregelt sind, die aber nicht immer so ganz stringent von allen Kommunalverantwortlichen vor Ort umgesetzt werden. Die sind jetzt in diesem Erlass noch einmal sehr konzentriert und durchaus sehr stringent zusammengetragen worden. Es ist eine altbekannte Tatsache, dass kommunale Gebührenhaushalte, mit Ausnahme der Kindertagesstättengebühren, ausgeglichen werden sollen. Das ist eine ganz altbekannte Tatsache. Die können Sie, glaube ich, auch nicht bestreiten. Herr Kollege, es steht doch im Gesetz. Es ist aber genauso bekannt, dass das nicht immer so ganz gut eingehalten wird. Sie haben auch darauf hingewiesen, dass die Kommunalverantwortlichen vor Ort sich manchmal auch scheuen, die entsprechenden Anpassungen bei Gebühren vorzunehmen. Ich bin auch kommunalpolitisch tätig. Auch ich kenne diese Debatten. Dann wird immer gerne geschoben. Ach na ja, jetzt ist Bürgermeisterwahl, jetzt ist Kommunalwahl, jetzt ist Landtagswahl und Bundestagswahl. Man hat immer einen Grund, warum man solche doch eher unbequemen Entscheidungen nicht vor Ort trifft. So haben wir diesen altbekannten Mechanismus. Wir gleichen die Gebührenhaushalte nicht so ganz aus. Dann schauen wir einmal, wo wir landen. Diesen Mechanismus sollte dieser Erlass vom 3. März 2014 durchbrechen. Als Hilfestellung hatte das Land auch den Schutzschirm angeboten, der auch in vielen Fällen gute Wirkung gezeigt hat. Auch weil alle Kommunen sehr intensiv daran gearbeitet haben, hier aus der Verschuldung herauszukommen, muss man sagen, das waren große Anstrengungen von allen, die in den Kommunen herangearbeitet haben. Möchten Sie sich untereinander austauschen, dann machen Sie das. Warte ich so lange. Es steht im Spielraum der Kommunen, ob sie die Gebührenhaushalte ausgleichen oder die Grundsteuer entsprechend erhöhen. Das ist sozusagen holzschnittartig der Spielraum, der gegeben ist. Deshalb kann ich nur sagen, die wirksamste Grundsteuerbremse ist die kommunale Selbstverwaltung. Da bin ich am Ende genau bei dem, was Sie gesagt haben, Herr Kollege Kummer. Die kommunale Selbstverwaltung ist ein sehr hohes Gut, und es wird vor Ort beschritten, welcher Weg eingeschlagen wird. Das ist sehr gut und sehr richtig so. Das ist auch genau schon ausgeurteilt worden. Das sage ich sehr bewusst an die Adresse der FDP. Wir haben Urteile des Landverwaltungsgerichts Gießen, die das genauso ausgeurteilt haben. Wir haben Urteile des Verwaltungsgerichtshofs in Kassel, die genau gesagt haben, die kommunale Selbstverwaltung geht vor, und die Kommune entscheidet, welchen Weg sie geht. Das ist gut und richtig so. Diese kommunale Entscheidungsfreiheit möchte die FDP jetzt eingrenzen. Wenn wir das vorgeschlagen hätten, hätten Sie gebrüllt Überregulierung. Von daher glaube ich einmal, dass das jetzt ein Vorschlag ist, der völlig über das Ziel hinausgeht, und der ist auch völlig überflüssig. Völlig überflüssig, denn Sie schlagen vor, nach den gewichteten Durchschnittshebesätzen soll Hessen nicht überproportional die Grundsteuer erheben. Wenn Sie sich jetzt einmal die gewichteten Durchschnittssätze anschauen. Im Bundesdurchschnitt liegen wir bei 455 Punkten, und Hessen liegt bei 444 Punkten. Also, wo ist das Problem? Wir brauchen das Gesetz gar nicht. Wir liegen in Hessen unter dem Bundesdurchschnitt. Deshalb würde das von Ihnen vorgeschlagene Gesetz, Herr Kollege Hahn, völlig überflüssig werden. Ich kann einfach nur sagen, nehmen Sie den Antrag zurück. Denn auch Sie haben einmal gesagt, wir sind dagegen, überflüssige Gesetze zu machen. Da wir eine gewisse Vermutung haben, dass Sie das Gesetz nicht zurücknehmen werden, werden wir Ihrem Antrag nicht zustimmen. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Frau Kollegin Erfurth. – Für die Landesregierung spricht nun Staatsminister Dr. Schäfer. – Bitte schön, Herr Minister, Sie haben das Wort. Vizepräsidentin Heike Habermann, der Staatsminister hat das Wort. Der Staatsminister hat das Wort. Bitteschön, Herr Dr. Schäfer. – Vizepräsidentin Heike Habermann, der Staatsminister hat das Wort. – Herr Präsident, meine Damen und Herren! – Ich wollte jetzt bei dem Dialog nicht stören, aber dass Herr Zinser dass auch alles ordnungsgemäß diese elaborierte Debatte auch unmittelbar im Protokoll niederlegen kann. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich bin dem Haus dankbar, dass es aus, wie ich in der Debatte entnommen habe, sehr unterschiedlichen Gründen, aber weit überwiegend dem Antrag nicht zuneigt. Ich halte das auch in der Sache für falsch. Ich will versuchen, Ihnen einige Sachinformationen vielleicht auch noch nachzureichen, die vielleicht in der Beurteilung der Notwendigkeit einer solchen Entscheidung dann auch noch einmal hilfreich sein können. Es ist vorgetragen worden, Hessen sei ein Hochsteuerland. Das lässt sich jedenfalls mit den empirisch gesicherten Daten nicht aufrechterhalten. Frau Erfurt hat darauf hingewiesen, dass Hessen sich bei der Grundsteuer B im gewogenen Hebesatz bei den letzten verfügbaren bundesweiten Daten und Gesundheit jedenfalls noch unterhalb des Bundesdurchschnitts bewegt. Was richtig ist, im Jahr 2012 bewegten sich die hessischen Kommunen bei den Grundsteuererhebesätzen B 75 Punkte unter dem Bundesdurchschnitt. Das heißt, die hessische Steuererhebungspraxis, flächendeckend, hat erheblich unter dem Bundesdurchschnitt Grundsteuer hoch. Wenn man als verantwortlicher Kommunalpolitiker lange eine solche Entscheidungspraxis hat, nämlich eigentlich notwendige Erhöhungen durchzuführen, wenn man gleichzeitig aber das gleiche Angebotsniveau sicherstellen will wie die Nachbarkommune im anderen Bundesland, dann ist klar, dass die Geschichte ein Stück auseinandergehen muss, und dann muss auch ein verantwortlicher Kommunalpolitiker, und vor ihm steht auch jemand, der sich ein paarmals geordnet um solche Entscheidungen in der Heimat herumgedrückt hat, sich am Ende auch vorhalten lassen, notwendige Entscheidungen nicht rechtzeitig getroffen zu haben. Zweite Bemerkung. An den Grundsteuererhöhungsbeträgen sozusagen das Wohl und Wehe von Hauseigentümern und Mieterinnen und Mietern festzumachen, ist aus meiner Sicht jedenfalls nicht restlos gerechtfertigt. Schauen wir uns einmal den Durchschnittswert an. Der durchschnittliche Einheitswert eines Einfamilienhauses in Hessen betrug Ende 2015, das sind die letzten bundesweit verfügbaren Daten, knapp 21.000 €. Da empfehle ich übrigens einen gezielten Blick, da ist die eigentliche Ungerechtigkeit der jetzigen Grundsteuer, weil diese Einheitswerte mit den realen Wertverhältnissen heute nichts mehr zu tun haben. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Deshalb haben wir ja auch eine Initiative ergriffen, die Grundbesteuerung neu zu regeln, um das auf geordnete Füße zu stellen. Alle, die ein neues Haus bewohnen, ein relativ neues Haus bewohnen und sich ihre reale Grundsteuerbelastung anschauen im Verhältnis von jemandem, der ein in die Jahre gekommen ist, aber vielleicht im objektiven Wert dramatisch gestiegenen Hausgrundsteuer zahlt, wenn die beiden ihre Bescheide nebeneinander legen, dann kann ich Steuerzahlerverdrossenheit durchaus verstehen, meine sehr verehrten Damen Herren. Deshalb brauchen wir da eine Endung. Aber nehmen wir einmal diesen Durchschnitt von 21.000 € mit 2,6 Promille bundeseinheitlichem Vervielfältiger und dann eine Erhöhung des örtlichen Hebesatzes um 100 % – das ist ja der Wert, der eine Rolle spielt –, dann landen wir bei einer jährlichen Erhöhung der Grundsteuer von 54,60 € im Monat 4,55 €. Ich will diese Beträge bewusst nicht kleinreden, aber aus einer Erhöhung von 4,55 € pro Monat eine Gefährdung des hessischen Wirtschaftsstandortes zu machen, so schlecht ist der hessische Wirtschaftsstandort nicht, dass 4,55 € im Monat am Ende über Wohl und Wehe des Standortes einer Kommune entscheiden, meine Damen und Herren. Letzte Bemerkung. Drohende Erhöhungen. Ich glaube, dass zwei Faktoren, die man berücksichtigen muss, möglicher weiterer Erhöhungen jedenfalls bremsend wirken. Dadurch, dass im Jahr 2017 91 % der hessischen Kommunen nach den Einschätzungen des Innenministeriums ausgeglichene Haushalte vorlegen können, im Gegensatz zu 35 % als der im Rede stehende Erlass herausgegeben wurde, scheinen sich die Anstiege bundesweit auch unterdurchschnittlich zu bewegen. Die Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages unter den Kommunen über 20.000 Einwohnern sagt, dass in Hessen eine Steigerung um 5 % zu erwarten sei für 2016, während der bundesweite Durchschnitt von einem Anstieg von 12 % angeht. Das spricht also sehr viel dafür, dass der Anstieg in Hessen sehr deutlicher gebremst worden ist als außerhalb des Landes. Das ist ein weiteres Argument, dass es für dieses Gesetz keinen Bedarf gibt. – Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Staatsminister Dr. Schäfer. – Es wurde vereinbart, dass dieser Link keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen. Damit sind wir am Ende der Debatte. Um es richtig zu machen, wird der Antrag in den Haushaltsausschuss überwiesen.